Vor genau 300 Jahren wurde Karlsruhe als barocke Residenzstadt gegründet. Für eine Stadt eigentlich kein Alter. Aber Karlsruhe ist nicht nur jung, sondern auch eine Planstadt. Als eine der wenigen Städte wurde sie auf dem Reißbrett geplant. Der Stadtgrundriss mit seinen 32 Strahlen prägt das Stadtbild noch heute. Heute leben rund 315.000 Menschen hier und die Stadt wächst. Jährlich kommen ca. 5000 neue Bewohner dazu. Denn Karlsruhe ist attraktiv und ein starker Wirtschaftsstandort. Für die Stadtplanerinnen und Stadtplaner der Stadtverwaltung ist diese erfreuliche Tatsache eine Herausforderung. Karlsruhe war eigentlich für viel weniger Einwohner geplant worden. Wie also plant man eine Planstadt weiter? Das räumliche Leitbild ist eine gemeinsam vereinbarte Vorstellung, wie Karlsruhe sich entwickeln soll. Es ist Ergebnis eines dreijährigen Arbeitsprozesses, an dem sich viele Bürgerinnen und Bürger, Fachleute und Politiker beteiligt haben. Die Ausstellung stellt einen Zwischenstand des Entwurfs öffentlich zur Diskussion, bevor 2016 ein beschlussfähiger Stand dem Gemeinderat vorgelegt wird. Das Leitbild gliedert sich in sieben gesamtstädtische Stoßrichtungen. Die Stoßrichtung Klare Konturen definiert den zukünftigen Stadtumriss. Ankommende können erkennen, wo Karlsruhe wirklich beginnt. Und eine klare Linie begrenzt das Stadtwachstum ins Umland. Der äußere Landschaftsraum dient der Naherholung, dem Naturschutz und der Landwirtschaft. Innen liegen die Entwicklungspotenziale. Hier darf und soll an der Stadt weitergebaut werden. Die Stadtkontur wird baulich oder landschaftlich so gestaltet, dass sie gute Orientierung bietet. Eine klare Gestaltung markiert auch die Ränder zwischen den Stadtteilen. Hier liegen Flächen für bauliche Entwicklungen. Die inneren Stadteingänge sind ebenfalls wichtig. Zum Beispiel am Bahnhof oder an der Durlacher Allee. Hier entsteht der erste Eindruck, den Ankommende von Karlsruhe haben. Und der soll gut sein. Die vielfältigen Landschaftsräume in und um Karlsruhe tragen zur besonderen Lebensqualität der Stadt bei. Das Leitbild schlägt vor, zwei Landschaftsräume zukünftig besonders zu stärken. Die Wälder in der Stadt und den städtischen Anschluss an den Rhein. Der Hartwald und der Oberwald reichen bis in die Stadt hinein. Es ist eine wichtige Aufgabe, sie als Erholungsräume zu sichern und zu stärken. Mit dem Rheinpark kann die alte Sehnsucht Karlsruhes nach dem Rhein endlich Wirklichkeit werden. Hochwertige Freiräume sollen Karlsruhe eine neue Adresse am Rhein schaffen, die sich nach Norden und Süden in die Region weiterzieht. Karlsruhe braucht eine starke Mitte. Das Leitbild definiert dafür einen breiten Korridor im Zentrum. Dieser bietet der Innenstadt neue Möglichkeiten zur Entfaltung, insbesondere Richtung Süden. Dort ist die Kriegsstraße als Barriere zu überwinden. Der attraktive südliche Anziehungspunkt der Mitte ist der Hauptbahnhof mit einzigartigen Entwicklungspotenzialen. An diesem Stadteingang bietet sich die Chance, eine Landmarke und ein markantes städtisches Pendant zum Marktplatz zu setzen. Karlsruhe muss aber auch an anderen Orten Großstadt sein. Die beiden Ost-West-Magistralen sind als Boulevards von morgen zu sehen, entlang derer sich neue großstädtische Qualitäten entwickeln können. Karlsruhe wächst und benötigt neuen Wohnraum im Inneren der Stadt. Die Sanierung und Weiterentwicklung bestehender Stadtteile sind dabei am wichtigsten, vor allem nördlich der Kernstadt. Im Bereich zwischen Nordstadt, Nordweststadt und Neureuth liegen die größten Potenziale für den Neubau von Wohnungen, aber auch noch viele räumliche Defizite in den Quartieren. Berücksichtigt man beide Aspekte bei der Entwicklung, können neue Qualitäten und starke Nachbarschaften entstehen. Die Oststadt ist das vielfältigste Stadtviertel von Karlsruhe, geprägt von seiner industriellen Geschichte, den Hochschulen, dem Technologiepark und dem alten Schlachthof. Auch hier sind viele Flächenreserven für Wohnen und Arbeiten. Klimaforscher sagen voraus, dass wir in Zukunft mehr Hitzeperioden erleben werden. Besonders wichtig sind daher genügend Flächen zur Kühlung in den Quartieren. Grüne Straßenräume verhindern, dass sich die Stadt stärker aufheizt. Alle Straßen, Plätze und unbebauten Flächen kühlen also die Stadt. Wo neu gebaut wird, dürfen keine neuen Hitzeinseln entstehen. Deshalb ist ein Netzwerk von Freiflächen anzustreben. Bei Bauprojekten muss sorgfältig geprüft werden, welche Grün- und Freiflächen erhalten werden müssen. Dort, wo sich Straßen und Bahnstrecken, Gewerbegebiete und ungenutzte Freiräume zu einem undefinierbaren Raum verbinden, liegen Karlsruhes Wachstumspole der Zukunft. Der Bereich südlich der Kernstadt ist bereits heute gut zu erreichen. Die Südtangente und mehrere Stadtzufahrten, die Bahn- und Straßenbahnlinien, ausbaufähige Haltepunkte und zahlreiche Flächenpotenziale sind attraktive Standortvorteile. Das Leitbild sieht vor, diesen Bereich zu stärken. Gewerbebetriebe und Forschungseinrichtungen können zukünftig wachsen oder sich neu ansiedeln. Für überraschende Neuentwicklungen ist genügend Platz. Die Wachstumspole sollen die Startpunkte für zukünftige Baumaßnahmen sein und auch als Umsteigepunkte zwischen unterschiedlichen Verkehrsmitteln funktionieren. Karlsruhe ist eine der Mobilitätshauptstädte Deutschlands. Denn bereits heute stehen überdurchschnittlich viele verschiedene Arten der vernetzten Mobilität zur Verfügung. Das ist ein Trumpf, den es weiterzuentwickeln gilt. Jeder soll innerhalb kurzer Zeit die Einrichtungen für den täglichen Bedarf sowie Freiräume und Parks erreichen können, bevorzugt zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Ist dies nicht der Fall, müssen neue Verbindungen gebaut oder neue Versorgungsmöglichkeiten geschaffen werden, und zwar an den Verknüpfungspunkten der unterschiedlichen Verkehrssysteme. Das Prinzip funktioniert auch umgekehrt. Flächen, die vom Hauptbahnhof, von der Autobahn, vom Marktplatz aus in kurzer Zeit gut erreichbar sind, eignen sich besonders für weitere Entwicklungen. Die sieben Stoßrichtungen ergänzen sich an vielen Orten schon. Das Leitbild zeigt, dass einige Orte in Karlsruhe mehr Aufmerksamkeit brauchen als andere. Es gilt, Prioritäten festzulegen. Was muss zuerst passieren? Wo können wir noch warten? Dringend müssen die Flächen für das Wohnen gefunden werden, um den Einwohnerzuwachs zu bewältigen. Es gibt auch Stoßrichtungen, die miteinander in Konflikt stehen. Hier gilt es zu klären, wie diese Widersprüche beseitigt werden können. So oder so gibt es bis zum fertigen Leitbild noch viel zu tun. Neben neuen städtebaulichen Konzepten und Modellprojekten soll weiterhin viel diskutiert werden. Mit der Fachplanung, mit der Politik und, ganz wichtig, mit der Öffentlichkeit. Denn ein Leitbild ist kein starrer Plan. Ein Leitbild ist eine Vereinbarung, gemeinsam in eine Richtung zu gehen. Erst wenn es von vielen getragen wird, kann diese Vereinbarung Wirklichkeit werden. Manche Orte wie der Hauptbahnhof oder Neureuth sind von großer Bedeutung. Hier soll bald mit der Arbeit begonnen werden. Das ist ein Leitbild.